2. Dezember Erwähne auch in dem Buch des Koran die Geschichte der Maria. Als sie sich einst von ihrer Familie nach einem Orte zurückzog, der gegen Osten lag und sich verschleierte, da sandten wir ihr unseren Geist in der Gestalt eines schön gebildeten Mannes. Sie sagte, »Ich nehme aus Furcht vor dir meine Zuflucht zu dem Allbarmherzigen. Wenn auch du ihn fürchtest, dann nähere dich mir nicht.« Er aber erwiderte, »Ich bin von deinem Herrn gesandt, dir einen heiligen Sohn zu geben.« Sie aber antwortete, »Wie kann mir ein Sohn werden, da mich ja kein Mann berührt und ich auch keine Hure bin?« Er aber erwiderte, »Es wird dennoch so sein, denn dein Herr spricht, das ist mir ein Leichtes. Wir machen ihn, diesen Sohn, zu einem Wunderzeichen für die Menschen, und er sei ein Beweis unserer Barmherzigkeit.« So ist die Sache fest beschlossen. So empfing sie den Sohn, und sie zog sich, in ihrer Schwangerschaft, mit ihm zurück an einen entlegenen Ort. Einst befielen sie die Wehen der Geburt an dem Stamm eines Palmbaumes. Da sagte sie, »O, wäre ich doch längst gestorben und ganz vergessen.« Da rief eine Stimme unter ihr, »Sei nicht betrübt, schon hat dein Herr zu deinen Füßen ein Bächlein fließen lassen, und schüttelte nur an dem Stamm des Palmbaumes, und es werden reife Datteln genug auf dich herabfallen. Iß und trinke und beruhige dich. Und wenn du einen Menschen triffst, der dich vielleicht des Kindes wegen befragt, dann sage, »Ich habe dem Allbarmherzigen ein Fasten gelobt, und ich werde daher heute mit niemandem sprechen.« Sie kam nun mit dem Kind, es in ihren Armen tragend, zu ihrem Volke, welches fragte, »O, Maria, du hast eine sonderbare Tat begangen.« »O, Schwester Aarons, dein Vater war wahrlich kein schlechter Mann, und auch deine Mutter war keine Hure.« Da zeigte sie auf das Kind hin, damit es rede, worauf die Leute sagten, »Wie, sollen wir mit einem Kind in der Wiege reden?« Das Kind aber begann zu sagen, »Wahrlich, ich bin der Diener Gottes. Er gab mir die Schrift und bestimmte mich zum Propheten. Er gab mir seinen Segen, wo ich auch sei, und er befahl mir, das Gebet zu verrichten und Almosen zu geben, solange ich lebe, und liebevoll gegen meine Mutter zu sein.« Er machte keinen Elenden hochmütigen aus mir. »Friede komme über den Tag meiner Geburt und meines Todes und über den Tag, an welchem ich wieder zum Leben auferweckt werde.« Ende von Sure 19, Vers 16-34 aus dem Koran Gelesen von Hokus Pokus «Νönlich, euer Freunde» » » Vielen Dank.